Ich sollte ein paar Opfergaben dabei haben. Okay, gehen wir mal hier rein. Oh, da sind wieder Wachen. Wie viele? Ach nee. Das ist einer von meinen. Noch eine Ratte. Oh. Aber diese Augen. Ein hungriger Wolf. Verrate mir deinen Namen, bevor ich dich töte. Verrate mir deinen Namen. Du hast keinen Namen. Ihr Shinobi seid doch alle gleich. Ihr sterbt alle ohne einen Namen und ohne jemanden, der um euch trauert. Aber dein linker Arm. Eine Shinobi-Armprothese. Das erinnert mich an. Ich sehe, einen einarmigen Wolf gefällt mir. Das heißt Sekiro. So nenne ich dich. Wer seid ihr? Ich bin der Tengu von Ashina. Komm, Sekiro. Willst du ein paar Ratten mit mir jagen? Was? Ratten haben sich nach Ashina geschlichen. Wieseln hindurch, als würde hier alles ihnen gehören. Es gibt alle Arten von Ratten da draußen und sie müssen alle getötet werden. Es scheint, dass du ein Talent für das Töten hast. Lass mich dir helfen, dein Talent zu verbessern. Wie entscheidest du dich, Sekiro? Wirst du Ratten mit mir jagen? Ja. Nun gut. Großartig. Die wirst du brauchen, wenn du mit mir kommst, Sekiro. Ratten-Beschreibung. Eine Beschreibung von Ratten. die sich in Aschina eingeschlichen haben. Sprich, nochmal mit dem Tengu, wenn du dich um die Ratten gekümmert hast. Ah, Attentat, Attentäter aus der Zeppu-Tempel. Kleine viele Ratten lungern herum, zuletzt, na. Was sind's? Ein Ratten-Gesicht und wo es sich versteckt. Geh und töte sie. Ich gebe dir etwas Nützliches für zukünftige Kämpfe, wenn du das erledigst. Okay, das ist vielleicht ein Nebenquest oder so? Stimmt. Nice. Ah, jetzt kann ich das hier öffnen. Sehr gut. Komme ich hier auch wieder... Oh, wer ist denn das? Hallo. Mütterchen. Ah, ihr habt überlebt. Dann ist dieser verdammte Giobo wohl endlich tot? Wisst ihr, das ändert gar nichts. Es wird weitere Kriege geben, weitere Leichen. Tiefsitzender Hass wird um sich greifen. Wo soll der ganze Hass hin? Habt ihr euch das noch nie gefragt? Scheinbar nicht. Dann tut ihr mir leid. So wie auch er mir leid tat. Scheinbar nicht. Okay. Ah, hier war ich doch schon. Ich war da oben aber noch nicht. Muss Ratten töten. Was hat das? Okay. Sehr schön. Ein Geldbeutel. Ah. Geht's noch höher? Okay. Geht's noch höher? Vielleicht geht's hier irgendwo hoch. Haha. Schau an. Eine Kiste. Es gibt's. Gebetsperle. Es lebe die Gebetsperle. So, jetzt kann ich mich endlich steigern. Mehr Energie. Gibt's hier sonst noch was? Nö. Gut, dann war's das auch schon wieder. Nein. Aha. Jetzt hab ich Leben verloren. Geh und töte sie. Ich gebe dir etwas Nützliches für Zukunft. Ja. Nein, ich wollte nicht mit dir reden. Ich wollte jetzt wieder zur Buddha-Statue. Genau. Jetzt heilen wir uns kurz. Dann flechten wir die Gebetsperlen zusammen. Erste Gebetskette. Nice. Moment mal verbessern. Maximale Vitalität und Haltung wurden erhöht. Nice. Okay, keine Gebetsperlen mehr. Okay, cool. Aber ich merke irgendwie nichts davon. Ist mein Balken echt größer geworden? Der wirkt trotzdem noch so klein. Okay. Aha. Feinde. Hm? Hm? Ha! Ja, an dieser Klippe. Hm. Nice. Komm ich da rüber? Boah. Oh Gott, das hört sich nicht gut an. Eins, zwei, drei. Uh. Mit Hund sogar. Gott, im Himmel sind es viele wieder. Oh, als erstes muss ich den auf der Treppe erledigen. Ah, da ist er doch. Du stirbst. Als erstes. Gut. Gut, 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 gut. Aha. Scheinbar ist es ihm wirklich schwer krank. Ah. Sind das die Ratten? Glaube nicht. Hat es jetzt abgebrochen oder habe ich ihn jetzt komplett... Das sind die Ratten, oder? Mein Gott, sind die Kleinen. Das sind Lilliputaner. Okay. Der watschelt aber ziemlich langsam hierher. Komm, komm. Komm, mein Freund, komm. Ah, super. Ah, super. Ah, super. Äh. Okay. Na, verdammt. Oh Gott. Aua. Schon gemein. Oh. Oh, oh. Nicht mit mir. Alter. Oh, nein, nein. Was? Drecksköter. Okay. Alter. Scheiße. Hä? Was noch, Alter? Oh Gott, jetzt kommt die wieder. Oh, ja. Ja. Aua. Oh. Hilfe. Nein, ich will nicht sterben. Ah, wisst ihr was? Tschüss. Ich bete. Tschüss. Okay. Jetzt ist der zwar nie wieder da, aber egal. Oh. Ich habe nämlich gleich auf Platz zwei. Ist. Ach mal. Nein. Hä? Warum komme ich da nicht hoch? Jetzt. Scheinbar ist es schien wirklich schwer krank. Ah. Das Land der Ashina wird nicht länger bestehen. Nicht einmal mit Genichiro auf unserer Seite. Was ist mit unserer anderen Mission? Der Schwarzwut kämpft wie ein Dämon. Auf der Schlangentalseite der Burg. Dorthin gehen wir als nächstes. Aber verliere nicht den Kopf. Der Schwarzwut Dax wird sich nicht kampflos ergeben. Ah, super. Das ist wahrscheinlich der nächste Boss der Schwarzwut Dax. 100 pro. Wo sind denn die Kackhobwölfe eigentlich? Der sieht mich. Oh, da ist ja auch einer. Habe ich gar nicht gesehen. So. Ah, so. Boah, die geben mir richtig viel. 82. Nice. Ah. Aua. Aua. Alter. Boah, die haben Gift. Die Dreckschweiger. Aua. Was? Alter, die sind so... Alter. 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 Böse. Böse, 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 böse. Böse. Echt böse. Vielen Dank.